Karisch Selensky, hier stehen sie, die Mercedes, die Nebuchs, mit ukrainischen Kindzeichen, finanziert vom ausgebluterten Volk der Ukraine, jenem Land, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, wo die Wirtschaft in den Händen der Oligarchen ist, jener Oligarchen, die dem Herrn Selensky gut zu Gesicht stehen. Ich dachte ja, dass Männer aus der Ukraine nicht ausreisen dürfen, weil sie den ehrenvollen Krieg in den Bündchen führen müssen. Die Wiener Innenstadt ist voller reicher Männer, alter, reicher, weißer Männer, in dickem Rolls-Royce, Mercedes, mit ukrainischen Kindzeichen. Also die Freunde des Herrn Selensky und der Titschko-Brüder haben es sich wieder gerichtet. Das ist die heute Leidung des Krieges, Dovarisch Selensky.